Die stehende Säule aufgerichtet, den linken Fuß heraus setzen in den schulterbreiten Stand. Die Arme steigen durch das Sinken des Körpers, noch mehr sinken und die Arme in die Ballhalte bringen vor dem Körper. Scheitelpunkt nach oben, Füße gut im Kontakt zum Boden. Entspannen. Dabei geöffnet. Gelöst. Dann langsam die Arme wieder sinken lassen. Hände auf den Unterbauch. Dann über dem Unterbauch durch die Gewichtsverlagerung die Hände kreisen lassen. Auch zur anderen Seite, die Gewichtsverlagerung initiiert die Kreisbewegung der Hände über den Bauch. Zur Mitte finden. Die Arme lösen. Gewichtsverlagerung, Fuß zurücksetzen. Wieder in den Stand kommen. Sterne Mathe. stand6 Worldwide. End chicos, ihr laget die prostate. undercoversoped делagungen sind. parceziękuję.